Ernst Stahl-Nachbauer war ein deutscher Schauspieler und Regisseur. Leben, Stahl-Nachbauer wurde als Sohn des Staatsanwaltes Dr. Guggenheimer geboren. Er sollte die militärische Laufbahn einschlagen und wurde Offizier des Bayerischen Infanterie-Leib-Regiments. Gegen den erklärten Willen des Vaters, der zehn Jahre nicht mehr mit ihm sprach, entschied er sich dennoch für das Theater. 1904-05 nahm er Schauspielunterricht bei Adolf Wins in Dresden und spielte dann an Bühnen in Hanau, Stralsund, Neustrelitz, Lübeck und Straßburg. 1913-14 arbeitete er bei den Münchner Kammerspielen. Nach seinem Fronteinsatz war er von 1916 bis 1918 an der Neuen Wiener Bühne und ab 1918 in Berlin. Dort wurde er unter Max Reinhardt, Viktor Barnowski und anderen zu einem gefeierten Bühnenstar. Zu seinem Repertoire gehörten besonders Werke von Gerhard Hauptmann, Karl Zuckmeier und Georg Kaiser. Er spielte in annähernd 100 Premieren und betätigte sich mehrfach auch selbst als Theaterregisseur. Die Filmkarriere von Ernst Stahl-Nachbauer begann 1917 an der Seite von Friedrich Selnig in Das Geschlecht der Schelme. Nach erfolgreichen Stummfilmrollen gelang ihm nahtlos der Übergang zum Tonfilm, wo er unter anderem 1930 in dem Streifen der Schuss im Tonfilm-Atelier in der Rolle als Kriminalrat zu sehen war. Er wirkte in über vier Jahrzehnten in über 100 Filmen mit. In einem Stummfilm führte er Regie. Ernst Stahl-Nachbauer war ab 1925 auch für den Rundfunk tätig. Während der NS-Zeit war er in seinen Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt, da sein Vater Jude war. Der Schauspieler Heinrich George sorgte dafür, dass Stahl-Nachbauer bei ihm am Berliner Schiller Theater arbeiten konnte. Nach dem Krieg denunzierte Stahl-Nachbauer George allerdings bei der russischen Besatzungsmacht. George habe während des Krieges schlimmen Eindruck gemacht und sich immer öfter zu Lopudeleien und Siegheilwünschen hinreißen lassen. Nach dem Krieg spielte Stahl-Nachbauer in verschiedenen Fernsehspielen des NWDR mit und wurde auch als Synchronsprecher eingesetzt. Er war mit der Schauspielerin Carola Tölle verheiratet und starb im Alter von 74 Jahren und 68 Tagen. Ehrungen 1956 Verdienstkreuz Erste Klasse der Bundesrepublik Deutschland Filmografie 1917 Das Geschlecht der Schäme Erste Teil 1918 Konrad Hartels Lebensschicksal 1919 König Niccolo 1919 Pogrom 1919 Aus eines Mannes Mädchenjahren 1920 Satanas 1920 Die Welt ohne Hunger 1920 Der siebente Tag 1921 Der Stier von Oliveira 1921 Die Amazone 1922 Christoph Kolumbus 1923 Alles für Geld 1929 Nachtgestalten 1930 Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst 1930 Der Schuss im Tonfilm Atelier 1930 Ein Burschenlied aus Heidelberg 1931 Danton 1931 M 1931 Der Kongress tanzt 1931 Der Draufgänger 1932 Der Träumende Mund 1932 Die Elf Schilzern Offiziere 1935 Glückspilze 1937 38 Das Ehesanatorium 1940 Das Herz der Königin 1941 Immer nur du 1942 Der große Schatten 1942 Bis 1944 Opfergang 1946 Die Mörder sind unter uns 1950 Vom Teufel gejagt 1953 Ave Maria 1954 Canaris 1954 Rittmeister Ronski 1954 Das Bekenntnis der Ina K. 1955 Der 20. Juli 1956 Stresemann 1958 Der Schinder Hannes 1959 Alt Heidelberg